Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest weiter nach Sturmwind anzunehmen bei Bartlett der Tapfere im Wald von Elvin an dieser Stelle. Vorquest war eine eilige Nachricht. Nehmen wir die Quest dann, müssen wir wieder mit ihm quatschen und den Flugpunkt nach Sturmwind nehmen. Er sollte automatisch freigeschaltet sein mit dieser Quest oder auch schon früher. Flug dauert nicht allzu lange, wir müssen in die Altstadt. Der Greifenmeister von Sturmwind ist in der Nähe von der Altstadt. Nicht direkt in der Altstadt, aber ihr werdet es gleich sehen. Dann geht es hier nach unten. Hier ist auch kurz die Map von Sturmwind. Also hier, hier und dann nach rechts. Hängen gerühren. So. Und nun geht es. Jetzt muss ich mich selbst ein bisschen orientieren. Ich glaube hier links und dann müssen wir hier in dieses Gebäude. Begrenzte Immunität. Genau. Also in dieses Gebäude hinein. Hier bin ich. Quest ist abzugeben bei Osvik Strang in Sturmwind an dieser Stelle. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.